Heute zeige ich euch alle Gratis-Skins in Brawl Stars und wie man sie bekommen hat. Der erste Skin ist Star Shady. Den hat man im 2018 geschenkt bekommen von Brawl Stars als Belohnung, dass man dieses Spiel spielt. Der zweite Skin ist Wizard Barley. Ein krasser, legendärer Skin. Also was heißt legendärer Skin? Ein Legenden-Skin, ein richtig nicer Skin. Gefällt mir sehr. Dafür, dass der Gratis-Skin, dafür, dass es gratis ist. Einfach ein krasser Skin. Den kann man immer noch bekommen und dafür musst du einfach nur Supercell connecten. Also du musst einfach dich bei Supercell anmelden mit deinem Brawl Stars-Konto sozusagen. Der nächste Skin ist Rico Chat. Du bekommst den einfach 2019, hat man den wie gesagt gratis bekommen. Der nächste Skin ist Barbarenkönig Bull. 2020 als Belohnung, dass Supercell 10 Jahre alt geworden ist. Rote Drachen-Jesse-Skin. Das war ein Skin, als Brawl Stars in China released wurde. Das war im 2020 und krass an jedem, der irgendein Skin bis jetzt hat. Auch 2020 kam der Oldschool-Brock-Skin auch gratis rein. Mega Box Daryl. Ich glaube, viele von euch und ich sollten ihn besitzen. Und das war als Geschenk von Brawl Stars, da China in Brawl Stars ein Jahr alt wurde. Klassischer Dynamike. 2021. Das war ein Gratis-Skin und der sozusagen den OG Dynamike nachmachen sollte. Also das war einfach mal ein OG Dynamike-Skin, den wir gratis bekommen haben. Omega Daryl. 2022 gab es ein Community-Event, womit wir alle Brawl Stars-Spieler 4 Milliarden Kills machen mussten, um diesen Skin freizuschalten. Klassische Shelly. Ein richtig nicer Skin habe ich leider nicht. Ich glaube, das war die Zeit, wo ich mit Brawl Stars eine Pause gemacht habe. Aber ich fühle den Skin richtig doll. Der nächste Skin und das auch höchstwahrscheinlich der beste Gratis-Skin, den wir je bekommen haben. Und rest in peace an alle, die den nicht bekommen haben. Denn der ist richtig teuer, wenn man sich den kaufen will. Aber richtig cool als kostenloser Skin. Nämlich der dunkle Engel Colt. 2023 kam er rein. Ich bin so glücklich, dass ich ihn freigeschaltet habe. Der letzte Skin ist der neueste Skin. Sollten alle von euch haben. Wenn ihr den nicht habt, geht in Brawl Stars rein. Holt euch den ab. Denn der könnte selten werden. Squadbuster Shelly. Das ist eine Inspiration vom Spiel Squadbuster. Und bei Squadbuster gibt es ja verschiedene Brawler. Und das soll die Squadbuster Shelly nachmachen. Deswegen, ja. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und ciao.